Hey, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Stranget Act 2. Ich kann es einfach bis jetzt noch nicht fassen. Ey, es gibt es doch nicht. Ich brauche Munition, verdammt nochmal. Ich habe keine... Was ist denn das? Ich habe keine Muni, gibt es nicht. Die halten sich hier wirklich, wirklich super geizig mit Munition und Batterien. Das ist ja unglaublich, Freunde. Oder bin ich echt nur sowas von derbe blind, dass ich hier das andauernd übersehe? Was ich mir echt nicht vorstellen kann, weil das ja nicht wirklich schwer zu übersehen ist bis jetzt so. Oh Gott, aber an so unsinnigen Stellen gibt es Muni oder was? Das... Ah, ich sag mal so, das ist schon wirklich für Leute, die das wirklich gut spielen müssen. Was ich ja eigentlich fast nichts dagegen habe. Meine Taschen haben wir auch bald alle, ey. Unglaublich. Aber wahr. Bitte nicht. Ah, das war ganz schlecht. Und dabei hat er es auch noch überlebt. Ich glaube es ja bald nicht. Wie viel Munition... Oh Gott, planen wir mal nach. Das kommt mir doch hier so verflixt bekannt vor. Diese Räume. Die erinnern doch schon fast ein bisschen den Half-Life 2 Gängen. Aber nicht ganz. Oh, schrecklich. Jetzt habe ich mich echt vor Rohren erschreckt hier. Ich möchte kurz hier umgucken. Okay, alles klar. Oh Gott. Munition ohne Ende. Ist das schön. Luke-Effern. Könnte man sowieso sehen. Na, Kampfwaffe? Ne, natürlich nicht. Und Batterie? Nö, doch wir schissen. Warum? Du kannst jetzt mit einer einzigen Batterie da unten durchkrauchen. Boah, gleich Hochdruck entlöst. Ich gehe mal lieber... Ah, gut. Keine E-Taste. Nein, ich brauche nicht mit E rangehen. Nein, einfach... Ja. Alles klar. Das sollte so sein. Ah, ich sollte fallen. Alles klar. Okay. Bis jetzt kommen mir immer nur einige Abschnitte bekannt vor. Aber nicht alle. Das ist merkwürdig. Was mich immer noch sehr stört, ist, dass ich hier, wie gesagt, noch keine Nahkampfe habe. Ist aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gewollt. Klar, man... Boah. Hä? Man will halt nicht, dass man die Zombies... Okay, ich muss die so von Weitem abschließen. Alles klar. Man will halt eben, dass man die Zombies nicht so einfach abschlachten kann. Das ist auch in Ordnung. Okay. Okay. Ah, ja. Muss ja das sein. Ja, dann kann ich mich auch noch erinnern. Hier hatte ich mal ein Part beendet. Aber irgendwie glaube ich mittlerweile, dass ich hier schneller, äh, länger brauche als letztes Mal. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Was ist das hier? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Alles klar. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Okay. Gut, jetzt kann ich ja zurück rufen. Das war um irgendein Genstand, der, glaube ich, nicht so einfach kaputt geht. So war das irgendwie gewesen. Wie ganz logischerweise diese Holzkiste. Die natürlich nicht schnell kaputt geht. Ist dann klar. Boah, lass mich durch. Völlig logisch. Oh, 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 oh. Oh Gott. Der da. Er sollte da nur ein bisschen halten. Hat's auch. Okay. Schnell hoch. Und an diesen Abschnitt kann ich mich auch noch teilweise erinnern. Ah, genau. Hier kamen jetzt, sag ich mal, die ersten kleinen Rätsel. Die auch nicht übel waren. Habe ich eigentlich irgendeine Maske oder sowas auf? Warum habe ich hier sozusagen so einen kleinen Effekt immer vor den Augen? Oh ja, den Part hatte ich mir nämlich auch angeguckt. Hier, das weiß ich nur. Und da, dieser Effekt, die gab es hier nicht. Letztes Mal. Ah, ist schon cool gemacht. Grafisch. Bis jetzt eine Meisterfest. So. Steckereien und so. MRP. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, diese Flasche braucht ich. Oh. So, wir haben den vergifteten Raum jetzt gleich mal entgiftet. Ich weiß aber noch, dass wir für irgendwas sowas hier brauchen. Dann nehme ich es mal gleich mit. Da wird doch nicht doppelt und dreifach laufen müssen. Okay. Okay. Ah, was? Ladersqueen. Was denn? Oder gab es diese komische Rampe dann doch nicht mehr jetzt? Nö. Die haben sie jetzt wohl doch wieder rausgenommen. Jetzt sind wir ja schon hier. Okay. Alles klar. Ja. Das sagt mir doch eindeutig, was ich machen soll. Naja, machen wir. Folgen wir den Hinweis und laufen hier lang. Wartet mal. Ich speichere mal. Aber das ist auch, glaube ich, hier ganz anders. Boah. Klar, ey. Sprint. Oh mein Gott. Schnell weg. Ah. Volle Kanne. Die Haxen gebrochen. Oh ja, das war ja auch noch so eine Szene. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich weiterkomme. Oh, du bist wieder mit uns. Gut. So, wir beginnen mit dem Namen. Wer bist du? Oder, mehr importantly, was du hier machst? Also, wir müssen uns hier... Oh ja. Du musst jetzt sprechen. Du bist hier gerade stehen. Du musst dich sagen. Du hast nicht gesehen. Du bist zu viel. An Ominicorp würde like zu halten, was passiert hier. Halt. Das ist dein Ausgleich. Du musst mir erzählen, alles du wissen. Ich kann deine letzten vier Momente sehr ... ...zunne, wenn du nicht. Und wer weiß. Wenn du dich cooperierst, ...wir können dich zurückkommen. Warum sieht der so gelartig aus? Leck mich. Ich bin schon weg, mein Freund. Mein Friendo. Und hier war der Part letztes Mal, oder das LP schon zu Ende. Und wir sind, glaube ich, in Part 2 gerade mal. Ich habe keine Waffe. Aua, das ist unfair. Von da, äh, ah, Gott, Gott, Gott. Das ist mir letztes Mal, glaube ich, auch passiert. Hallo. Oh, Gott. Au, ich hänge fest. Oh, ich. Oh, mein Gott, schnell. Hier kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Hier war dann auf einmal Ende. Und jetzt geht es weiter. Geil. Jetzt geht es hier endlich noch weiter. Jetzt beginnt sozusagen Akt 1. Oder der erste Akt. Ich habe wieder keine Waffen. Alles klar, der ist von dieser komischen Firma. Was? Wollen wir mich verarschen? Ich krieg doch damit hier nichts kaputt. Ist das ein Scherz jetzt, oder? Hier ist noch etwas schwereres, oder? Was soll denn das? Ach so. Oh, das habe ich nicht gesehen. Mann, ja. Sorry, Freunde. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte mir schon, ey. Was ist denn der Blödsinn? Dann muss ich doch niemals weiter. Mit kleinen Steinchen gegen den Holz werfen. Bis es kaputt ist. Oh Mann, ey. Aber ich habe mir gerade überlegt, ey. Eigentlich, vielleicht gibt der Cyber. Das hat doch gar keinen Sinn, was ich da gerade mache. Was ist das hier? Ah, das sind Pilze, oder? Sehr wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich schon so viel Munition wieder gesammelt. Die Munition, die ich da zwischenzeitlich bekommen habe, war völlig für ein Ass. Aber gut, okay. Oh, was ist denn los? Okay, komme ich hier, komme ich nicht hoch, wa? Das bringt mir halt nur schnell. Bin mal gespannt, was die Firma hier so gemacht hat. Also ich meine, dass die daran schuld ist, das liegt ja schon auf der Hand. Okay. Sind schon mal hier oben angekommen? Jetzt bestimmt nicht weiter, das bezweifle ich stark. Ja, das dachte ich mir. Manche Schritte, oder ist das die Musik? Nee, das ist die Musik. Bis jetzt, muss ich sagen, ist die Atmo den wirklich super gelungen. Also, grafisch ist das Spiel gut gelungen. Alter, die Musik ist auch geil ausgewählt. Muss man den aber auch lassen. Jetzt habe ich übrigens meine Nachkampfwaffe und habe damit schon mal gewisse Vorteile. Ein Hammer. Oh, du, ihr mit euren Scheißfässern. Komm her. Aua. Aua. Ah, ist nicht ganz so einfach. Ach, wie ist es... Ja, vielleicht sollte man auch ein bisschen noch an die Angriffs-Animationen feilen. Die waren jetzt nicht wirklich die schönsten. Soll ich mal denen so sagen, wie es ist. Aber das ist ja alles noch Beta. Also da sage ich nichts. Und wenn die da wirklich weiterarbeiten, ist alles völlig in Ordnung. Aber ich glaube auch, die Zombies haben die selber gemacht, weil die Models kenne ich noch nicht. Ein bisschen Leben wiedergefunden. Gucken, ob hier was ist. Ah, gut, okay. Yeah, ich habe das für Leben gemacht, die ich an den Zombies verloren habe. Ah, toll. Ich gehe mal kurz die Treppe hoch, oder? Ah. Batterien, endlich. Ah, Gott, bleibt stehen. Ups, das war vielleicht nicht so schlau. Hallo? Wenn ich wieder überall rumkrochen will. Hm. So, muss ich hier irgendwie rüberjumpen. Weiter. Ja, und jetzt. Ah, gut Gott. Was hat mir das jetzt gebracht? Oder was hätte mir das jetzt gebracht? Hätte ich das vielleicht... Hm. Oh, okay. Ähm, guck mal da. Da ist ja auch was. Komm ich hier überhaupt weiter? Mal gucken. Ah, hier komme ich auch so... Oh, ah. Hier komme ich auch so weit herein, theoretisch. Ah, gut, alles klar. Ich gehe nochmal auf das Dach hier, Freunde, und dann beenden wir den Part. Hier sind Batterien und... Oh, haufenweise Batterien. Perfekt. Alles klar, Freunde. Wir beenden den Part hier, oder ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.